Hallo, wir sind hier im Rosenkeller beim Rosenparkträger. Hier ist es etwas kälter als draußen im schönen Rosengarten, aber wir befinden uns auch zur Erntezeit, also Ende September, Anfang Oktober. Wir haben hier die wurzelnackten Rosen direkt von dem Feld zu uns in den Rosenkeller gefahren. Wir haben ja so eine Temperatur von 2 bis 3 Grad in etwa und eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Das ist wichtig, dass die Rosen eine gute Qualität behalten und apropos Qualität. Wir haben hier als Beispiel eine Wurzelnackte Rose mit drei Trieben. Das bedeutet, das wäre eine A-Qualität, die wir dann so zu Ihnen nach Hause versenden. Wurzelnackte Rosen kann man direkt von Anfang, Mitte Oktober bis zum ersten Frost pflanzen. Das heißt ebenso bis Anfang, Mitte Dezember können Sie die bei sich in den Garten bringen. Der Vorteil ist, die können direkt mit ihren Wurzeln bei Ihnen im Garten verwurzeln, also Wurzeln schlagen und blühen dann ganz toll im nächsten Jahr. Wem es im Herbst jetzt zu kalt ist oder zu frisch, der pflanzt sie einfach im Frühjahr. Denn wir überwintern diese Wurzelware dann bis zum nächsten Jahr im Frühjahr. Das heißt, Sie können die auch dann, sobald der Boden es wieder zulässt, ab Anfang März bis Mitte, Ende April auch noch bekommen und können diese dann direkt bei Ihnen in den Garten pflanzen, die dann sogar auch noch im gleichen Jahr blühen werden. Wir kommissionieren jetzt hier Ihre Bestellung. Das heißt, das ist eine Auswahl von Rosensorten, die Sie sich aus unserem Sortiment ausgesucht haben. Hier haben wir jetzt vier tolle Pflanzen. Von der Zwergrose bis zur Kletterrose ist alles mit dabei. Wir schneiden die auf die pflanzfertige Länge für Sie vor. Verpacken die Pflanzen feucht mit Holzwolle, sodass Sie die zu Hause noch einige Tage lagern können. Bei der Lagerung ist wichtig, dass die an einem dunklen, kühlen Ort liegen und lassen Sie bitte die Verpackung, die Tüte zu. So können die Rosen einfach nicht austrocknen und wenn Sie sie pflanzen, kommen Sie vorher noch mal in eine Wanne mit Wasser. Dort sollten Sie mindestens zwei bis drei Stunden drin bleiben, bevor Sie die Rosen dann in die Erde setzen können. Ihre Rosen sind versandfertig. Das heißt, die sind gebündelt, die sind geschnitten. Wir haben sie mit feuchter Holzwolle verpackt in einer schönen Tüte. So kommen die jetzt zu Ihnen und das bei Ihnen auch alles funktioniert. Dafür legen wir Ihnen eine tolle Pflege- und Pflanzanleitung mit dazu. Hier sehen Sie alle einzelnen Schritte vom Auspacken des Paketes bis letzten Endes zum fertigen Pflanzen, sodass Ihre Rosen im nächsten Jahr toll bei Ihnen im Garten blühen. Die Rosen kommen direkt aus dem Rosenkeller in die Tüte feucht verpackt. So sind sie versandfertig und fast direkt auf dem Weg zu Ihnen. Das einzige, was noch fehlt, Sie kommen hier in diesen schönen Karton mit rein. Hier haben wir noch unser Basic zum besseren Anwachsen und so geht der Karton in die Verpackung und ist dann versandfertig auf dem Weg zu Ihnen nach Hause.